so hallo und herzlich willkommen auf dem kanal saatschbau hier am start ja freunde freunde des guten geschmacks es wir machen jetzt natürlich weiter ja lego star wars 3 video nummer vier meine freunde wollen wir auch zum abschluss bringen so wie wir auch lego star wars 2 noch zum abschluss bringen werden bzw ich habe es ja schon zum abschluss gebracht nur ihr seht es noch nicht ja gut würde ich sagen mir dann gleich rein also genau vom anfang daumen nach oben meine freunde ihr wisst schon hier daumen hoch nicht so sondern so das ist hoch ja so und wenn ihr mich mit einem kostenlosen abo unterstützen wollte dann einfach den abo knopf betätigen schon seit der power army hat dann noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei euch klingelt wissen ganz genau saatschbau ist am start saatschbau hat ein video hochgeladen sergeant power ist lost in einem videospiel ja meine freunde und wenn ihr ein live stream dabei sein wollt dann einfach auf www.twitch.tv xsd gtx power oder den link in der video beschreibung folgen ja und wenn jemand eine kleine spende da lassen möchte dann auf www.paypal.me xsd gtx power oder den link in der video beschreibung nutzen meine damen und an ja dann würde ich sagen gehen wir einfach mal rein let's go ins nächste kapitel wissen wir wir haben ja es war hier kein system wechseln das wollen wir aber noch nicht wir sind erst mal hier und wir machen das virus auf naboo bei naboo auf wir gehen einfach rein das virus und let's go immer einfach rein so asa schwind ist also als ein wesen wendriss der kapitel 3 das virus senatorin amidala und vertreter der und vertreter jaja pings sind nach naboo zurückkehrt und gehen berichten über tätigkeiten von separatisten auf ihrem heimatplaneten nach amitralas treuer sicherheitsoffizier captain tifo hofft einen tx 20 trüten kritische informationen entlocken zu können wird spannend ja in lego star wars 2 habe ich leider nicht vorgelesen aber wir fangen damit jetzt an das vorzulesen muss auch sein dann braucht ihr es nicht selbst lesen das ist der komische druide okay ja freunde ich hab ton ihr nicht ja genau sondern druide also ich muss sagen ich bin der sport erstaunt wie die xbox series ganzen texturen von der xbox 360 umrechnet das ist richtig genial wo ja geil der frosch natürlich mitgenommen ich liebe diese spiele lego spiel ist einfach genial videos sequenzen so weit sind wir schon mal aber wie wir ja wissen wir sammeln wir gehen auf die 100 prozent was passiert ohne ich kann nicht ins wasser und dann ist das mal ein paar dinge verloren so weg das ding also ein blauer genau so kann ich das auch mitnehmen das geht nicht kaputt ok das geht kaputt schön ist da nein aber wir machen kaputt was kaputt zu machen geht so schön sonst gibt es hier nichts mehr da ist noch was irgendwas ist geblüht ich dachte die dinger blühen wenn man drüber läuft das ist denn doch nicht so da macht nichts wird wird ja darum geht es in diesem spiel sammeln was sammeln geht wird oder Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Scheiße. Aufgemuch. Was muss ich denn hier nehmen? Jawohl, geht doch. Drexteil. Oh, danke schön. Dankeschön. Schnell noch einsammeln, was hier ist. So ist es halt als jährige Sammler auch. Dankeschön. Ah, haben wir noch einen vergessen. Okay. Okay. Dann geht es so. So, 32.000 haben wir jetzt schon mal gesammelt. So, jetzt brauche ich ja dann hier, damit wir da runter können. No, kaffee ist schon wieder da. Gut. Wir gehen aber mit der runter. Weil ich nicht weiß, was mich hier erwartet. Ja gut, ein paar Droiden. Ja gut, ein paar Droiden. Okay. Die gehen nicht kaputt. So. Soll ich mal gucken, was da hinten noch rumliegt? Genau. Da bekommen wir mal was raus und da nicht. Natürlich standen wir schön alle ein. Müssen wir. Noch nichts raus. Alles natürlich zerschießen, was zu zerschießen geht. Okay. Ach, jetzt kommt die Droity-Class. Ich kann hier nichts anhaben, ja. Gut. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ein bisschen langwierig, das durchzujobbeln. Um alles einzusammeln. Wenn man bedenkt, das Video geht es auch schon wieder 15 Minuten. Aber das kennen wir ja schon von Lego Star Wars 2. Oh, Mann, ich hätte sogar noch Lego Star Wars 1. Okay, hier gibt es nichts mehr. Aber bevor wir das Ding von da oben runterholen, gucken wir erstmal, ob wir alles sammeln können. Okay, nichts mehr. Okay. Schön. Das ist doch nice, dass ich da hier runter konnte, um so noch alles einzusammeln. Gut. Das gefällt mir doch mir doch. Schön. Okay. Das geht nicht. So, sind es noch was? Ja, hier genau. Wir haben auch noch was. Schön. Genau. Haha. Haha. So, geht doch. Wir sind jung und brauchen die Münzen. Haha. Immer. Sind es noch was? Ja. Immer gucken, immer gucken, wo was gibt. Das haben wir ja gelernt aus dem Lego spielend. Es gibt ja mittlerweile so viel. Und nur mal halt alles einzusammeln, braucht es seine Zeit. Das wissen wir jetzt mittlerweile auch. Okay. Mal gucken, da gibt es bestimmt noch irgendwas, was man kaputt schießen kann. Sag ich doch. Okay. Das war's dann. Oh, hier ist sowas. Das ist aber nicht kaputt geht. Okay. Okay. Dann bauen wir mal das Gedöns hier auf. Dafür brauche ich es um es aufzumachen, einen Globenkrieger. So. Wir nehmen wieder einen Jedi. Ich weiß nämlich nicht, was hier jetzt kommt. Auf jeden Fall sammeln. Okay. Hier ist nur Sammeln angesagt. Dann bin ich beruhigt. Das hier jetzt nur ums Sammeln geht. So. Okay. Ich brauche hier den Ruidenkopf. So. Okay. Dann können wir nichts machen. so. 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 was jetzt. Ah. Musste sein. So. Ah. Okay. Okay. Das haben wir. Schön. Freut mich. Lass mal deswegen zusammen. Okay. Du Schwanz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 naja auch nichts okay dann immer weiter also levels ja haben es in sich muss ich sagen ja sind langwierig aber dann geht schon wieder 41 minuten oder er sagen wir mal so von nix kommt nix so wir gucken erst mal was gibt es hier nichts ah okay schicke ich den Grab und Postletten zurück schicke ich dir heute zurück du Depp schicke ich dir heute zurück du Idiot so dumm Kopf genau leg dich in du Penner haben wir es geschafft jetzt mit wahren Jedi oder nicht aber wahre Jedi sind wir noch nicht leider nicht das hat man nicht geschafft schon glaube ich doch zu oft gestorben aber ich war alles eingesammelt egal ist nicht wichtig das kann man dann im nächsten durchgang machen im freien spiel seitdem man muss im freien spiel extra wieder wahre Jedi machen aber wir kriegen es hin was machen denn die da die sind doch bekloppt okay haben wir geschafft 10g ups was passiert dann mal kurz gucken hier beendet das Virus haben wir geschafft schön wer hätte das gedacht hurra ja auch 10g auf jeden Fall schön freut mich wir kriegen Ashoka wir kriegen Cha Cha Binks wir kriegen Captain Rex und das wars und das wars wahre Jedi leider nicht geschafft kurz davor aber naja was solls 44 Minuten dieses Video alter für ein Level ok das sind sich wir kriegen Stunden an Material zusammen dafür gibt es hier kein Speedrun also von daher gut so wir kriegen ein Minikit schön gerade mal der linke Fuß wie viele linke Füße haben wir schon gesammelt so wir kriegen einen goldenden Stein schön haben wir 6 von 130 ja gut gehen wir auf Story fortsetzen ziehen wir unseren Video rein ja den ersten haben wir gefangen genommen genau reg dich nur auf Mädel schön nein die Legospiele sind einfach geil doch noch geiler sind sie wo sie anfangen zu reden die Legofiguren da ist wunderbar so das haben wir ja schafft ne so rennt hier einer rum wie falsch gehört denn man kaufen können das müssen wir nämlich immer gucken nö von denen können wir keine kaufen das heißt wir können ja jetzt sowieso nichts weiter tun hier so na gut dann schauen wir mal 9% haben wir schon so das nächste Level ist dann Sturm über Reload ok Sturm über Reload aber dann morgen im nächsten Video meine Freunde ja so sieht es aus Sturm über Reload komm dann im nächsten Video ja meine Freunde wenn euch das Video gefallen hat auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen wenn ihr mich mit kostenlosen Abo unterstützen wollt dann einfach den Abo Knopf betätigen und schon seid ihr in der Power Army ja und dann noch die Glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen wenn es bei euch klingelt wissen wir ganz genau Satgen Power ist am Start Satgen Power hat ein Video hochgeladen Satgen Power ist lost in einem Game jo genau und wenn ihr mal in einem Livestream dabei sein wollt dann einfach auf www.twitch.tv slash xstgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen und wenn jemand eine kleine Spende da lassen möchte so ein kleines Trinkgeldchen von einem Euro oder ein paar Cent dann einfach auf www.paypal.me slash xstgdxpower oder auch in diesem Fall den Link in der Videobeschreibung nutzen ja meine Freunde dann war es das hier für heute wieder lasst euch nicht ärgerlich von dem Wanzen beißen wenn ihr schlafen geht lasst auf jeden Fall die Hände über der Bette gespielt nicht an euch selbst rum lassen und Partnerin machen alles andere ist ekelhaft ja meine Freunde ich bin dann Freunde raus wir sehen uns im nächsten Video im nächsten Live so wieder bis dann ciao ciao bis dann